Ey! Bist du dumm? Du bist dumm! Jo hejo Leute und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Wir haben das letzte Mal da hinten... Boah, da ist er! Was das letzte Mal passiert ist, guck da! Das letzte Mal! Spring doch jetzt da rein! Ich habe den verdammten Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch den Aufzug finden. Warte. Hier durch? Nee, fuck, das ist falsch. Ich muss den Aufzug finden. Verdammt, 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 verdammt. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da ist der Aufzug, der Aufzug, der Aufzug, der Aufzug! Oh oh! Ja geil! Keine! Ja geil! Oh! 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 Was ist der? Oh! 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 Ich hab gedacht, ich hätte es geschafft. Scheiße, ne? Aber der Typ ist schon mal weg. Das muss ich nur nach unten finden. Ah, Treppenhaus, Treppenhaus, Treppenhaus. Runter, runter, runter. Geht die Tür auf? Nein. Mist. Hä? Und jetzt? Ach so. Oh, warte. Hab was übersehen. So, hier rein. Gibt's hier noch was? Todes? Oh, Mann. Wir haben es bald geschafft, Leute. Glaub ich. Hoffe ich. Was ist das? Hallo? Okay. We're close now. Okay. Der Vater Martin treffe. Geht klar, Chef. Lol. Das brennt einfach mal. Ja, so entzeugt man halt Leichenteile. Klar. Wow. Oh, Mann. Ah, ne, hier. Wow. Okay. Hi. Hallöchen. Okay. 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 Okay, wir müssen hier lang. Ey, das ist so spannend gerade. Ich glaube, der mir nicht. Aber der Doktor, der ist schon mal erledigt. Das ist schon mal gut. Was kann dieser Raum? Hä? Jetzt weiß ich gerade nicht weiter. Ah, doch. Wir müssen da rein. What the fuck? Okay, hier hat jemand Feuer gelegt. Mir fehlt immer noch ein Finger. Okay. Heavy kommt da rüber. Schalten Sie dieses Sprint. Oh. Wo schalte ich die an? Den Weg durch die Küche. Okay. Ich will da drüber. Hä? Ah, ne. Dann muss ich hier unten durch. So. Gibt es hier einen Eingang? Oh, ne. Ne, 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 ne. Irgendwie nicht. Aber da ist noch eine Batterie. So. Oh. Mein. Gott. Ne? So. Ähm. Feuer löschen. Wir dürfen jetzt Feuerwehr spielen. Juhu. Juhu. Wo kann ich die anmachen? Die Sprengleranlage? Ah, nehmen wir doch gleich mal mit. Und lesen. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprengen Sie mit Ihrem Vorgesetzten um Hilfe von bla bla. Okay. Machen wir. Oh. Okay. Wechseln wir die Batterien. Mit unseren verkrüppelten Händen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Oh. Hä? Da war ich doch schon. Ich muss irgendwie die Sprengelanlage anmachen, ne? Aber wo mach ich die an? Ah, guck mal. Da können wir durch. Da. Tut, tut. So. Ich jetzt sperre. Ah, da. Zuerst zwei Ventile öffnen. Ist ja irgendwie Standard. Und lasst mich raten. Jetzt kommt gleich unser großer dicker Punkt. Ich hab's doch. Was sag ich? Was hab ich gesagt? Kann ich mit... Oh, leck. Kann mich da unten drunter nicht verstecken. Fuck. Ich hasse den Typ, gell? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Hat er vor zu kommen? Wir müssen echt aufpassen, was uns dieser Typ nicht bekommt. Gibt's dir Ventile? Einfach mal zur Sicherheit. Ne, gut. Ich höre die Ketten nicht. Fuck. Jetzt höre ich sie. Oh mein Gott. Er ist hier. Ich kann ihn riechen, den Mistkerl. Ich kann ihn riechen, den Mistkerl. Ich höre die Ketten nicht mehr. Ich höre die Ketten nicht mehr. Dummer Hund. Du ein dummer Hund. Ich hasse ihn. Geh da rein. Ey. Bist du dumm? Du bist dumm. Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Ich hasse ihn. Der Fette. Hä? Wo bin ich? Okay, da ist die, das neue Ziel hier Mann Dieser Arsch Wo läuft er jetzt hin? Äh, okay, er bleibt da stehen Huh Mann Ich höre die Ketten nicht mehr Da ist er nicht Da kann er nicht sein Gut, sei schnell Und jetzt hau bloß ab von hier Ne ne ne, wir verstecken uns Äh, fuck Hier, hier unten verstecken wir uns Das dürfte jetzt rein theoretisch gleich kommen Aber ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Ich trinke Da bewegt er sich Huh Ah Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er den Schritt wieder mit rein macht Der ist noch da Da steht er doch noch Lol Lol Da, jetzt, jetzt lauft er weg Was soll das? So Wir folgen ihm jetzt Unauffällig Hä? Ich kann mich grad nicht orientieren Mensch Solange ich ihn hier nicht sehe Ist eigentlich alles gut Ach geil, da kann man durch Huh, da sind wir erstmal safe Bathroom Okay Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Haut da rein und bis zum nächsten Mal Lasst einen Daumen da, tschüss Musik 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 Musik